ja leute und willkommen zu einem neuen video und wie ihr es im titel schon lesen könnt meine meinung zum film i am legend ja freunde ich sag euch heute meine meinung zum film i am legend ja so freunde jetzt komme ich zu meiner meinung wie ich im legend fand und ja freunde ich fand den echt gut muss ich sagen ja kurz zu der handlung es ist ein virus auf der welt also da wo willst ja und er muss herausfinden wie man diese wesen die da sind wieder normal bekommt ja so das war jetzt so grob die handlung erzählt von dem film ohne jetzt zu spoilern ja ich fand i am legend echt richtig gut muss ich sagen freunde falls ihr den film schon gesehen habt schreibt mir doch mal gerne eure meinung in kommentare wie i am legend findet oder fandet falls ihr den schon schon gesehen habt ja ich fand i am legend echt richtig richtig gut so freunde jetzt komme ich zu dem ersten schauspieler erst auch der einzige den man kennt aus dem film und das ist will smith hat seine sache echt gut gemacht in dem film muss ich sagen man kennt ihn noch aus der serie der prinz von bel air oder aus dem ersten independence day film oder aus dem netflix film breit wo ich auch meine meinung schon gesagt habe findet ihr am ende des videos oder unten in der video beschreibung falls ihr wissen wollt wie ich will smith in bright fand man kennt ihn noch aus zuerst kurz aus fokus und noch aus anderen filmen ja wo smith hat seine sache echt gut gemacht in einem legend so freunde jetzt komme ich zu meinem vorzieht ja ich gebe dem film acht von zehn punkten mir hat einem legend echt richtig gut gefallen ja acht von zehn punkten freunde falls eine andere punktzahl habt schreibt sie mal noch mal gerne in den kommentare wie viele punkte in dem film gegeben habt oder geben werdet falls ihr den film noch nicht gesehen habt ja freunde 8 von zehn punkten mir hat der film echt richtig gut gefallen ja so freunde dann würde ich sagen das war's mit dem video wenn es meine meinung zu einem legend gefallen hat würde ich mich über einen daumen nach oben freuen genauso wenn abo das könnte hier machen und da oben freunde gelangt zu meiner letzten film meinung das war glaube ich zu dem film spring breakers mit james frank und selena gomez ja und hier freunde gelangt ihr zu dem film breit wo ich meine meinung zu dem film gesagt habe falls ihr wissen wollt wie ich will smith in breit fande ja freunde da würde ich sagen hören wir uns zum nächsten video wieder haut rein zocker boy game over tschau tschau